Herzlich Willkommen bei FreeStocks Aktie im Fokus. Heute am Mittwoch, wir haben den 26. April 2023 und es gibt wieder spannende Quartalzahlen. Diese Woche hat es ja wirklich in sich. Wir müssen uns fokussieren und dann nehmen wir einfach die größten Unternehmen, die bisher gemeldet haben und starten gleich durch mit dem Roland zusammen nach dem Intro. Da sind wir auch bei dem Bild. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ich würde sagen, wir fangen auch alphabetisch an heute, oder? Ganz genau. Es geht um die Alphabet, also um den Google Mutterkonzern. Ja, Alphabet, das hat man ja erst in den letzten Jahren quasi für die Marke auserkoren. Trotzdem, das Kürzel ist weiterhin Google, also man findet das Unternehmen auch weiterhin, wenn man GOOG eingibt und man findet es natürlich auch in der Playlist, denn über das Unternehmen haben wir schon mehrfach berichtet. Genau. Und da ist heute ein Update aus aktuellem Anlass. Gestern Abend hatten wir die Quartalszahlen und die schauen wir uns heute insbesondere etwas näher an. Ja, Alphabet ist also mehr als Google, soweit sind wir jetzt schon und noch ein paar Randinformationen für denjenigen, der das noch nicht miteinander verknüpft hat. Also Googlen, das ist ja quasi die Tätigkeit, die man mit der Suche im Internet nach bestimmten Antworten verbringt und in Zusammenhang bringt. Und genau das ist auch die höchste Auszeichnung für ein Unternehmen, wenn das Wort selber eine Tätigkeit wird, wie hier geschehen. Genau. Und insbesondere ist das Wort dann auch schon seit 2004 im Deutschen Duden aufgenommen worden und ist sicherlich jedem mittlerweile bekannt. Der Ursprung des Wortes geht auch schon sehr, sehr lange zurück aus dem Jahr 1938 und steht letztendlich für eine Eins mit 100 Nullen. Ja, wenn das der Mathematiklehrer mal gefragt hätte damals, aber so schlau war ich dann auch nicht. Ich habe sie auch nicht googlen können, denn damals in der Schulzeit, da war das noch gar nicht so on-voke. Aber immerhin, der Konzern ist einer der fünftgrößten in der Technologiebranche und deswegen heißt es ja auch die Woche der Big Fives, wo hier Quartalszahlen gemeldet werden. Wenn man sich die Umsätze anschaut, da wird einem ja fast schwindelig. Auch mit kurzen Zwischensequenzen gibt es ja immer wieder neue Hochs. Genau. Es gab nur kleine Dellen, kurzfristige Umsatzeinbrüche, aber die schnell wieder wettgemacht worden sind und neue Hochs hier ausgebildet worden sind. Von daher sieht es auch auf der Umsatzseite hier weiterhin nach einem stetigen Aufwärtstrend an und die aktuellen Zahlen schauen wir uns später noch näher an. Umsatz ist natürlich nicht alles, denn man muss hier auch Gewinne erwirtschaften und das ist eben das Thema, was mit der Inflation und was auch mit steigenden Personalkosten beispielsweise einhergeht. Immerhin zum Ende des Quartals waren es 191.000 Mitarbeiter, die müssen ja alle irgendwie auch bezahlt werden. Genau. Und im letzten Jahr kamen da auch nochmal einige hinzu, circa 11 Prozent. Aber mittlerweile sieht es jetzt etwas anders aus. Das wurde auch schon angekündigt. Es sollen in diesem Jahr circa 12.000 Stellen abgebaut werden. Das heißt, man will hier auch ein bisschen konsolidieren und Kosten einsparen, insbesondere was hier auch die Beschäftigten anbelangt. Das hat zumindest auch der CEO gesagt. Dem kommen wir gleich nochmal. Da habe ich nochmal eine persönliche Note mit ihm zu klären, falls er das Video sieht. Aber insgesamt als Firma zahlt Alphabet schon die höchsten Gehälter im Silicon Valley oder mit die höchsten und liegt damit um 67 Prozent über Microsoft. Das muss man sich erstmal leisten können. Ja, das ist schon ein sehr, sehr hohes Durchschnittsgehalt, denke ich, hier von knapp 300.000 US-Dollar. Da liegt man sehr, sehr weit vor vielen Mitbewerbern, insbesondere hier mehr als zwei Drittel vor Microsoft. Und das ist natürlich eine Hausnummer und das Geld muss man erstmal erwirtschaften, um es dann insbesondere als Gehalt hier auch auszuzahlen. Ja, und das höchste Gehalt kriegt der CEO wie in den meisten Firmen zu erwarten. Und ich möchte es auch gleich auf den Tisch legen. Es sind rund 220 Millionen US-Dollar. Das sind Aktienoptionen mit inbegriffen. Aber dennoch, das ist doch weit ab von der Normalität. Das ist schon Wahnsinn. Natürlich, wenn man da normale Verhältnisse zugrunde legt. Und für ein Jahr, das ist wirklich nur das Jahresgehalt. Also nicht über mehrere Jahre, sondern das Jahresgehalt hier vom letzten Jahr mehr als 220 Millionen US-Dollar. Er ist ja nicht nur der CEO von Alphabet, sondern auch von der Tochter Google. Vielleicht hat er sich da auch etwas zu viel zugetraut. Viele kritisieren das auch etwas, dass er vielleicht nicht beide Stellen da auch voll ausfüllen kann. Und ja, es ist ein enormes Gehalt, insbesondere wenn er jetzt von Sparen spricht, Kosteneinsparung. Vielleicht sollte er dann auch leichte Abstriche bei seinem Gehalt hinnehmen. Ja, und wenn man Unternehmen von den Big Fives, die noch ein Stück größer sind, anschaut, da verdienen die CEOs nämlich weniger als er. Also vielleicht kann man das auch nochmal hier mitdiskutieren und nicht nur über die Zahlen. Aber lass uns zum Konzern selbst zurückkommen. Aber man im letzten Jahr verfehlte man die Erwartungen und hat das erste Mal auch bei YouTube schrumpfende Werbeeinnahmen verbuchen müssen. Und das ist auch dieses Mal der Fall gewesen. Genau, das ist auch dieses Mal der Fall gewesen. Da schauen wir auch gerne auf die genaueren Zahlen. Positiv war, dass man die Analysten Erwartungen in diesem Jahr schlagen konnte, jetzt hier im ersten Quartal. Und da können wir gerne mal genauer draufschauen bei den Anzeigenerlösen. Das hat auch in diesem Jahr gelitten, wenn man es vergleicht zum Vorjahr. Aber was sehr positiv war und was letztendlich dann auch für die positive erste Reaktion gesorgt hat, waren die Cloud-Umsätze. Weil die Cloud-Umsätze sind wirklich sehr, sehr gut gestiegen. Das heißt, da ist weiterhin Wachstum vorhanden und auch sehr großes Wachstum. Und das hat so ein bisschen die anderen negativen Punkte letztendlich auch wettgemacht. Ja, und ein Punkt ist vielleicht auch nur ein Einmaleffekt, nämlich die Sparmaßnahmen. Also die Mitarbeiter, die nicht mehr im Unternehmen beschäftigt werden in naher Zukunft, die werden ja auch manchmal abgefunden. Da müssen Büros geschlossen werden. Da wird Interieur bestenfalls noch weiterverkauft, bei eBay-Kleineinzeigen im schlimmsten Fall verschrottet. Und das kostet natürlich auch Geld. Also diese Umstrukturierungsmaßnahmen sind in der Bilanz mit 2,6 Milliarden spezifiziert. Wenn man die wieder reinrechnet, sieht es ja insgesamt wieder besser aus. Und auch die Websuche, die Kerngeschäfte quasi haben mehr Erlöse gezeigt. Aber dadurch, dass eben die Kosten auf der anderen Seite zunehmen, ist unterm Strich weniger rausgekommen. Der Gesamtkonzernumsatz kann sich trotzdem sehen lassen mit 68 Milliarden Dollar im Quartal. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Also wirklich der negative Punkt hier auch nochmal aufgelistet, dass der Nettogewinn um circa 8 Prozent gefallen ist auf 15,1 Milliarden US-Dollar. Und damit der Gewinn je Aktie aber höher als erwartet war. Und was noch hinzu kam und was die Anleger auch im ersten Moment hier positiv sicherlich erfreut hat, war das Aktienrückkaufprogramm. Man hatte ja schon in diesem Jahr oder im letzten Jahr ein Aktienrückkaufprogramm. Und auch in diesem Jahr sollen circa 70 Milliarden US-Dollar an Aktien hier vom Unternehmen zurückgekauft werden. Da sagt man ja als Kommentator oftmals so ein bisschen gehässig, wenn dem Unternehmen nichts anderes einfällt, als Aktien zurückzukaufen. Wo ist dann die Geschäftsidee geblieben? Genau, also es gibt natürlich auch negative Punkte. Viele würden eher sich wünschen, viele Anleger, dass das Ganze auch genutzt wird, um Innovationen voranzutreiben, um das Vermögen einfach anders zu nutzen. Insbesondere, um dann auch vielleicht die eine oder andere Vision, die man noch hat, dann auch auf den Weg zu bringen. Ja, andere sehen es anders, dass man einfach dadurch auch die Bewertung ein Stück weit erhöhen kann. Von daher, ja, ein zweitschneidiges Schwert und man darf gespannt sein, wie das dann im Fall von Google hier auch aufgeht. Vielleicht ist ja der Mittelweg, dass man erst mal Aktien zurückkauft, um die dann einzusetzen, um andere Unternehmen zuzukaufen. Also wäre ja alles möglich, zum Beispiel so eine Regionalbank oder so könnte man vielleicht erwerben. Das fehlt noch im Repertoire. Die Aktie hat erst mal positiv drauf reagiert, weil eben die Erwartungen geschlagen wurden, auch wenn nicht alle Zahlen wachsend sind. Und du hast schon die Cloud als Wachstumstreiber genannt. Die macht richtig Gewinn und man darf gespannt sein, wie es eben hier weitergeht mit Sparmaßnahmen versus eben dem Wachstum. Man hat ja beim Wachstum sogar darauf verzichtet, diesen riesen Campus zu bauen im Silicon Valley. Das Grundstück gab es schon. Genau, das Grundstück gab es schon. Riesengrundstück, 32 Hektar Land, die da letztendlich gekauft worden sind. Und da sollten neben Büros natürlich auch Wohnungen entstehen für Mitarbeiter. Aber letztendlich hat man das Ganze jetzt wirklich erst mal gestoppt. Das ist erst mal vom Tisch, diese ganze Geschichte. Und da muss man schauen, ob das vielleicht irgendwann in naher Zukunft nochmal aufgegriffen wird. Ja, das stimmt. Und in naher Zukunft ist tatsächlich auch das Thema künstliche Intelligenz. Denn da liefert man sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Microsoft. Auch da gab es gestern Quartalszahlen. Gehen wir nochmal gesondert in einem Video drauf ein. Und da liegt Microsoft ja ganz weit hinten, wenn es um das Thema Suchmaschinen geht. Und Alphabet mit Google ganz vorne. Aber die müssen eben diesen Vorsprung auch weiter verteidigen. Also man muss Innovationen bringen. Genau, das auf jeden Fall. Von daher künstliche Intelligenz ist sowohl für Google als auch für Microsoft ein großes Thema. Und der CEO von Google hat sich da zwar etwas konservativer geäußert, als auch Microsoft am gestrigen Abend dann in dieser Conference Call letztendlich. Man hat letztendlich erklärt, was schon alles erreicht worden ist. Aber dass auch noch Arbeit vor einem liegt im Bereich der künstlichen Intelligenz. Aber eine wirkliche klare Vision hat Google für mein Empfinden gestern jetzt nicht geliefert. Ja, man soll, soweit ich gelesen hatte, das Ganze hier auch nicht als Suchmaschinenersatz anbieten wollen, sondern erst einmal diesen Chatbot, der schon live ist, als Beta-Version testen und als Alternative den Nutzer und Nutzerinnen zur Verfügung stellen. Also das heißt, man muss auch hier die Kosten im Blick haben. Denn so ein Chatbot, der kostet letzten Endes Strom und Rechenleistung. Genau. Und damit ist es viel kostspieliger als eine normale Google-Suche. Und die normale Google-Suche ist ja auch schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Von daher muss man sich vielleicht auch irgendwann entscheiden, inwiefern man dann wirklich künstliche Intelligenz einsetzen muss. Oder ob man es vielleicht nur für gewisse gezielte Bereiche dann auch einsetzt. Genau. Und die erste Präsentation von Barth war ja nicht so legendär. Da gab es gleich einen Kursrutsch danach. Das hat mittlerweile die Aktie aufgeholt, aber bei rund 100 Euro oder eben, wenn man sich den Dollarwert anschaut. Da scheint momentan ein Deckel drauf zu sein. Du zeigst uns das gerne mit dem FreeStocks Sharp Tool, wo die spannenden Marken liegen. Genau. Schauen wir uns die Aktie hier gerne etwas näher an im FreeStocks WebTrader. Es gibt ja die Class A und Class C Aktie, aber die sich ja mehr oder weniger genau synchron bewegen. Das heißt, die GOOG oder die GOOGL. Beide kann man natürlich über den Google-Namen sehr einfach finden. Im langfristigen Wochenchart sieht man hier, dass die Aktie natürlich seit Anfang 2022 in einen mittelfristigen Abwärtstrend übergegangen ist. Und wenn man dann mal etwas reinzoomt, auch in den Tagesschart, dann sieht man, wo hier die entsprechenden relevanten Marken liegen. Zuletzt war wirklich ein starker Widerstandsbereich zu erkennen im Bereich der Marke von ca. 108 bis 109 Dollar. Da ist die Aktie auch zuletzt zurückgekommen, handelt aber wieder über den 200-Tage-Durchschnitt, der zwar noch leicht abwärts geneigt ist, aber so langsam beginnt zu drehen. Von daher könnte hier auch in naher Zukunft ein Trendwechsel dann anstehen von dem Abwärtstrend in einen potenziellen Aufwärtstrend. Die anderen gleitenden Durchschnitte 50 und 100 Tage könnten hier auch als mögliche Unterstützung dienen. Und ich denke, in diesem Bereich könnte auch nochmal Kaufinteresse aufkommen. Ansonsten sollte die Aktie wirklich weiter Stärke zeigen und über diesen Widerstandsbereich nach oben ausbrechen, liegt, denke ich, ein mögliches Ziel dann auf der Oberseite knapp unterhalb der 120-Dollar-Marke. Das war auch schon ein markantes Niveau in der Vergangenheit und könnte dann als Zielbereich genutzt werden. Wir können auch nochmal kurz reinzoomen, gestern auf die nachbörslichen Zahlen. Da sieht man dann auch ganz kurz, hat die Aktie negativ reagiert nach den Zahlen, aber dann letztendlich starke Aufwärtsbewegungen gezeigt bis in den Bereich von 110 Dollar und wurde dann nachbörslich und auch heute vorbörslich wieder abverkauft. Von daher wird sich hier nicht allzu viel tun im Vergleich zum Vortagesschlusskurs und da muss man schauen, welche Impulse dann hier in heute und in den nächsten Tagen vielleicht für eine stärkere Bewegung sorgen könnten. Ja, und da die Aktie ja sozusagen eines der Kernelemente im Tech-Sektor ist, dann gehört sie, denke ich mal, auch bei vielen großen Vermögensverwaltern und Fondsmanagern mit ins Portfolio rein. Da führt also kaum ein Weg vorbei. Ja, das denke ich auch gerade langfristig gesehen. Langfristige Investoren nutzen vielleicht Rücksetzer, wie wir sie zuletzt gehabt haben, um dann auch perspektivisch einzusteigen, aber auch im kurzfristigen Swing-Trading-Bereich kann es durchaus Sinn machen, dann hier vielleicht in den Aufwärtsimpuls einzusteigen. Genau. Wir werden auch einsteigen in weitere Themen hier bei Freestalks. Insofern erst einmal ganz vielen Dank für diese Infos, Roland Jägen. Auf bald. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.